Sind hier jetzt eigentlich alle Gegner respawned? Müssten eigentlich, ne? Ob ich hier acht Gegner für meinen Pfeilhage zusammenkriege, wage ich zu bezweifeln. Jetzt sind wir doch wieder in der Ecke hier gelandet. Tja, wir können natürlich auch noch versuchen, der Magier-Gilde beizutreten, ne? Naja, du hast einen Teil der Abmachung erfüllt. Viel Spaß mit deinem Lohn. Viel wertvolle Erfahrung. Hast du etwa Geld erwartet? Als freier Mitarbeiter der freien Presse? Kostenfrei, Baby. Okay. Ah, cool. Äh, aber... Passt schon. So, ich weiß nur nicht mehr, wo ich der Gilde beitrete. Ah, hier, ne, da... Verzeihung, bitte! Die NZL hat die Katakombe für alle gesperrt. Ja, ja, okay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, danke, ich weiß. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal unsere... Unsere Sternis zurückholen wir. Da ist noch eine Fee. Oh wait, das war jetzt richtig dumm, glaube ich. Aber bei... Hier sind keine Gegner. Zählen Pflanzen als Gegner? Nein. Schade eigentlich. Ich dachte, wir können so acht Gegner mit einem Pfeilhagel schießen. Aber können wir nicht. Dann kann man auf jeden Fall stumpfen Schaden machen. Okay. Man sieht nur einfach nicht, dass man da durchlaufen kann. Easy. Okay. Warum ist da oben eigentlich noch was nicht aufgedeckt? Okay. Kann man schauen. Oh, mir fällt gerade an, die Gegner levelen scheinbar nicht komplett mit, oder? Wir sind jetzt hier zwei Level über den Gegnern. Vielleicht haben die levelmäßig eine Obergrenze. Ah, das war der 99er-Dungeon? Mit dem Ultraschaden? Ja, okay. Nee, lass den mal nicht machen. Wo trete ich denn der NZL bei eigentlich? Da. Okay. Dazu brauchen wir wahrscheinlich einfach hier das Schnellreiseportal und gehen dann da nach links weiter, vermutlich. Okay, cool. Außerdem hat hier offenbar noch irgendwer eine Quest für uns. Meine Knoblauchknollen sind nicht lecker, aber sie halten Vampire in Schach. Wenn bloß mein Männe eine gegessen hätte. Diese Vampire haben ihn echt satt angebissen, damit mein Männe kein Vampir ist. Dafür bräuchte es eine ganze Knoblauch-Ernte. Aber ich könnte niemals der Stadt ihren ganzen Vorrat wegnehmen. Ich könnte das nicht, aber ich schätze mal, du könntest das für mich erledigen, oder? Geh einfach auf mein Knoblauchfeld und gib den Pflanzen einen Schubs. Dann kommt der Knoblauch gleich aus dem Boden. Warte. Okay. Ich mag einfach, dass sie halt wirklich die ganzen Cross-Abilities einfach auch animiert haben. Also, dass das Pferd einfach den Bogen dann schießt. Das ist einfach so großartig. I love it. Das ist doch niemals genug Knoblauch, oder? Na dann, her mit den Knollen, los! Brav aufessen, mein Liebling. Grüß dich, Wanda. Ich komme wegen der monatlichen Knoblauchlieferung. Durch das Desaster werden diese Wadenbeißer mächtig bissig in letzter Zeit. Wir könnten deine unbezahlbare Ernte wirklich gut gebrauchen. Ach, Jet, wärst du bloß etwas früher gekommen. Dieser Trampel hier hat vorhin das ganze Feld umgepflügt. Ich befürchte, diesen Monat müsst ihr euch die Beißer auf altmodische Art vom Leib halten. Oh. Okay. Klaro. Juhu, mein Männe ist gerettet. Ihr habt heute etwas wirklich Großes geleistet. Etwas richtig Großes. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber okay. Star Points für uns. Okay, das ist also das Haus von Sterndu, ja? Da komme ich so aber gar nicht hin. Okay. 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 Okay, wir können da nebenbei immerhin ein paar Gegner durch Galopp vergiften und durch die ganzen Kürbisse hier können wir halt easy Mana wieder auffüllen, das ist halt ganz angenehm. Oh, wow. Oh, wow. Nee. Mist, den haben wir glaube ich nicht mehr vergiftet, aber egal. Wow, da platzt er weg. Äh, da wollte ich hin. Okay, Level 14, sweet. So, vergifte Gegner, Galopp hier durch mehr Gegner, ja okay und Schutzzauber. Schutzzauber bringen uns im Moment halt, also kann ich halt nicht wirklich machen. Hat der Speichersteine da gerade schon ausgelöst? Nee, okay. Klang gerade spontan so. Na, kommt her, Mistviecher. Kommen die nicht aus dem Wasser raus? Machen die doch sonst immer problemlos. So, was ist mit Fetty da unten? Möchte Fetty vielleicht auch nochmal hier irgendwo hinkommen? Nicht so. Gut, dann bleib halt. Dann bleib halt. Oh, siehst du, dann komme ich halt zu dir. Ja. Wie die Schildkröte hier halt total fertig guckt und sobald sie im Wasser ist, ist sie halt urst happy. So, die Frage ist, kommen wir an die Kiste? Yes. Okay, da ist dicht. Meinetwegen, da unten ist aber noch Stuff. Vor allem ist da ein Nest. Ich muss mir nochmal durchlesen, was unsere Quests bei der Schildkröte sind. Ja, vor allem soll ich nicht so sehr aus dem Maul kriegen. Was wären denn wohl meine Quests gewesen? Ah, Gischt sollten wir mal einsetzen. Gischt habe ich nicht mehr ausgerüstet. Trifft drei Gegner mit einem einzigen Angriff von harte Schale, harter Kern. Okay, zählen die Kürse dazu? Nein. Satch. Aber hey, zumindest noch eine Fee. Und dann ist noch die Frage, wie kommen wir zu dem Nest? So. Na, dann brüten wir mal eine Runde. Der Fat Bird macht mich auch ein bisschen fertig, ne? Okay, kriegen wir... Achso, wir kriegen den weiteren Sprung in der Schale wahrscheinlich erst beim Level ab, ne? Ja. Okay. So, unten war noch irgendwo eine Kiste. Und Gegner. Fresst meine Pfeile hier, Schrumpfköpfe. Ganz ehrlich, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, geht hier noch was? Oder kommen auf jeden Fall noch etliche Gegner? Sehr schön. Dann ist das nämlich erledigt. Und theoretisch könnten wir auch gerade einfach mal kurz wieder... Äh, wo ist es denn? Warte mal, wieder Gischt ausrüsten. Ach, genug Mana dafür hätten wir das natürlich traumhaft. Okay, es macht einfach zu wenig Schaden. Ich glaube, die Passive Ability vom Ei war sogar recht nützlich. Vor allem für den 10.000 Schaden Dungeon. Ja, dafür auf jeden Fall. Also dafür... Da habe ich vorhin immer noch aufs Maul gekriegt. Aber schon allein für die eine Sidequest brauchst du das ja. Dass du weniger Schaden nimmst. Ich glaube, die Passive Ability vom Ei noch weiter zu verbessern hilft in dem Dungeon dann auch definitiv. Oh, noch eine Fee. Hi. Das lohnt sich ja richtig, das hier abzugrasen. Crazy. Ah, und hier ist die Rennstrecke wieder. Okay, I see. Sag mal... Hat die Strecke hier Checkpoints? Oder kann man theoretisch einfach mit der Schildkröte außen... Ah, wobei, mit dem Pferd und Galopp bist du halt eh schneller. Aber Schildkröte mit Galopp könnte halt außen im Wasser halt super abrasten. Und dann hier einfach wieder rauf. Oder könnte sogar oben rum. Weiß nicht, ob man das so cheesen kann. Hier einfach direkt raus mit der Schildkröte und Galopp rum. Aber mit Pferd ist wahrscheinlich schneller. Okay, dann haben wir hier jetzt aber, glaube ich, wirklich erstmal alles aufgedeckt, oder? Äh, was sagt denn die Karte dazu? Jo, sieht auch ganz gut aus. Dann gehen wir mal zur neuen Zaubererliga, würde ich sagen. Hoffen, dass die keine Mock-Törtel-Suppe aus uns machen. Ich mache hier nur wegen der tollen Klamotten mit. Oh, wow. Ein Besuch aus Innsmith. Mein Bruder und ich haben uns einen ekligen Fluch eingefangen, der uns in Darsier verwandelt hat. Ich habe den Rest meines Lebens der Suche nach einem magischen Heilmittel dafür gewidmet. Und wir sprechen seither nicht mehr miteinander. Okay. Läuft bei euch. Ich habe gerade erfahren, dass Feenstaub zu 70% aus toten Hautschuppen besteht. Ejo. Wie normaler Staub. Ich brauche ja gar keinen Kuss der wahren Liebe. Ein einfaches Du-bist-es-Wert-Knuddeln wäre schon genug. Oh, cool. Ich würde ihn sofort knuddeln. Aber ich kann nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erstmal Mitglied werden. Willkommen. Mein Name ist Dallister Dobermann. Natürlich. Und das hier ist die neue Zauberer-Liga. Seit der Gründung der ursprünglichen Zauberer-Liga vor 888 Jahren ist es unsere Aufgabe, das Land zu schützen. Gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung. Was meintest du? Du willst in die Katakomben? Nein, nein, nein. Da dürfen nur Akkulüten der Liga rein. Du hingegen. Du bist nur ein Niemand hinter neuen Zauberer-Liga. Moment mal. Ist das da etwa ein Zauberstab? Du bist also echt ein Zauberer? Vielleicht könnten wir dich ja doch brauchen. Ich gewähre dir den Status eines Akkulüten. Quests? Verzeihung. Ich verteile keine Quests. Ich kümmere mich um eine landesweite Krise namens Desaster. Hallo? Sie hat sich überall schon ausgebreitet. Und dieser überbewertete Feigling Nostramagus ist nicht hier, um die ganze Aufmerksamkeit von mir abzulenken. Das heißt, du musst alles tun, was deine Liga-Kollegen von dir verlangen. Wenn du genügend Aufträge für die Liga erfüllst, erreichst du vielleicht sogar mal den Platin-Status. Aber das bezweifle ich. Ich werde deine Aufnahmegebühr aussetzen. Du darfst auch vorläufig die Katakomben mitreden. Ja, wir kriegen keine Quests von ihm, aber vom Rest schon. Denke ich. Ja. Ist halt wie in der Gilde. Bitte bring meinem Freund dem Buckel ein etwas Hühnchenfleisch. Hühnerschenkel bekommst du, indem du Monster erlegst. Okay. Ja, cool, klar. Meine Oma lebt in der Nähe in einem Pfefferkuchenhaus. Sie ist noch eine echte Oldschool-Hexe. Könntest du ihr etwas Schokolade bringen, damit sie ihr Haus dekorieren kann? Schokolade bekommst du, indem du Monster erlegst. Also einfach Fetch-Quests? Ist es das? Mein Leben als Halbfisch? Natürlich hasse ich das. Seit ich zum Fisch wurde, ist alles so glitschig, dass ich mich schon wie ein Stück nasse Seife anfühle. Ich habe oft Albträume, in denen ich mich in einem Fischernetz verhärtere. Und mein Körper kann nur noch Fischfutter verdauen. Ich habe sogar das Interesse an all meinen Hobbys verloren. Ich will nur noch im Meer herumschwimmen mit den anderen Fischen. Moment mal, du bist mit Octavia befreundet? Sie hat eine Laborassistentin, die sich auf die Entwicklung von Heilmitteln spezialisiert hat. Meintest du, du könntest sie bitten, dein Heilmittel für mein Fischsein zu erfinden? Schur. Sie wohnt ja direkt neben dem Wegpunkt. So, und was willst du? Die coole Hexe schlägt immer alle anderen beim Wettrennen. Ich möchte erleben, dass sie jemand besiegt. Ach, da spricht der Vogel, okay. Meinst du, du kriegst das hin? Sie treibt sich immer an der Rennbahn östlich von hier herum. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Spock drauf. Das machen wir auf jeden Fall noch. Lass direkt mal aufs Pferd wechseln, dann sind wir auch einfach schneller da. Dass das Pferd nicht durchs Wasser kann, ist übrigens schon ein bisschen lächerlich. Und wir brauchen auf jeden Fall Mana. Ohne meine Galopp-Power muss ich da gar nicht erst anfangen. Tor vergessen zu öffnen? Ah, Schnickschnack. Da war ein Tor. Oh, stimmt. Ich hatte völlig vergessen, dass es existiert. Nun gut. So, Mana ist voll. Alles klar. Achso, warte mal. Wir können hier nochmal weitergucken, ne? Das haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Jo. Ja, vielleicht will ich das auch gerade einfach nicht aufdecken. Gerade keinen Bock, gegen die Viecher zu kämpfen. Was ist ein Wichtigeres zu tun? Du siehst ziemlich schnell aus, du Fohlen. Ich spüre in mir den Drang zum Rennen. Kleines Rennen gefällig? Jo. Ja! Okay, sie freut sich. Auf welcher Taste ist Galopp? Oh, nicht auf der. Die Bitch bremst mir aus. Easy Snack. Können so viele neue Quests, ne? Wow, das hat einfach gar keine XP gegeben. Aber okay, es erhöht ja unser Ansehen bei der Gilde oder so. I guess. Dann lass doch gerade nochmal unser Mana ein bisschen auffüllen. Das Rennen gibt es bestimmt noch in der zweiten Stufe, oder? Möchte ich für wetten. Oh wait, kommen wir da oben hin? Ja, total. Die Frage ist, möchte ich das mit dem Pferd machen? Was braucht das doch gleich? Vergift? Achso, ja, einfach. Einfach Galopp. Ja gut, can do. So, dann können wir nämlich auf jeden Fall den Hebel umlegen. Das ist schon mal ganz nice. Der Dungeon war auch für irgendwas wichtig, ne? Das war auch gerade nur die Beitrittsquest. Die Quest gerade muss ich nur abgeben. Ne, ich habe ja keine offen. Oder? Warte. Ah doch, hier, schnell sein ist alles, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ja, aber komm, das machen wir dann. Also die geben wir dann halt alle ab. Nee, lass erst mal noch nicht hier rein. Lass erst mal, einfach weil es schnell geht. Wo war das doch gleich? Da oben. Ah, shit, den haben wir noch nicht aktiv. Oh, weil das auch ein Level 28 Gebiet ist, ne? Ja, dann machen wir die Quest vielleicht einfach noch nicht. Okay, Planänderung. Dann geben wir die Quest jetzt doch ab. Okay, das ist jetzt halt eigentlich... Und wir kommen ja jetzt wieder fix da hin. Du hast sie wirklich besägt. Prima. Okay, cool. Ah, gar stängelt. So, cool. Und dann müssen wir uns, glaube ich, erstmal um eine ganz andere Sache kümmern. Wir müssen wahrscheinlich auch noch dann der Diebesgilde beitreten, ne? Das wird ja auch noch eine Sache. Da geht es nicht zum Wegpunkt. Das merke ich auch. Danke. So, dann müssen wir wohl oder übel mal hier hin. Endlich keine Gegner mehr mit Galopp vergiften. Sehr schön. So, hast du irgendwas, was ich haben will? Außer mehr Death eigentlich? Ne, gerade nicht so. Wir haben zu wenig Money. Wir müssen mal mehr Geld farmen, tatsächlich. Ah, das ist der antike Dungeon-Roboter. Okay. Dafür haben wir nicht genug Sternen. Die Krabben sind halt super gut für Quests, weil die einfach sich nochmal aufteilen und dadurch super viele Gegner auf einmal sind. Ist halt schon richtig gut. Zählen eigentlich. Ah ja. Oh, die Hühnerflügel und die Schokolade zählen tatsächlich schon mit in die Quests rein. Das war das, was ich nachgucken wollte. Gerade so kurzzeitig verwirrt, wo ich den Stuff finde. Aber ja, gute Sache. Ähm, nee. Nee. Den Button wollte ich. Da unten ist Rudi, die Sterne zurück. Alles klar. Dann gehen wir da wohl mal hin. Okay, und an die Kiste kommen wir, indem wir da durchlaufen, IC. Die Losung heißt Losung und wir dürfen rein. Die Losung heißt Losung und wir dürfen rein.